Hey, ich bin's Marco von Authentic German Learning und heute mache ich, wie versprochen, ein Video für euch, während ich jogge. Ihr seht vielleicht schon, dass ich ein bisschen fertig aussehe. Heute jogge ich nämlich 14 Meilen. 14 Meilen und ich habe schon die Hälfte geschafft. Ich habe schon siebeneinhalb Meilen geschafft. Ich trainiere für meinen Marathon am 22. August. Im August möchte ich 28 Meilen rennen oder 26. Irgendwie sowas in dem Dreh. Es ist sogar mehr als ein Marathon. Und ja, das schlaucht ganz schön, wie man sagt. Es ist sehr anstrengend. Es schlaucht ganz schön. Das ist Umgangssprache. Und was mache ich beim Joggen? Ich höre natürlich Podcast. Und zwar lerne ich Italienisch. Ich lerne Italienisch mit Alberto von eitalianoautomatico.com. Und das kann ich nur empfehlen. Macht Sport, joggt oder irgendwas anderes, was euch gefällt. Sorry. Sorry wegen den Geräuschen, wegen dem Wind. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber genau, das ist mein Ratschlag. Noch mehr Wind. Noch mehr Wind. Wind, geh weg! Nein! Nein! Meine ganze Aufnahme wird schlechter durch den Wind. Wie auch immer. Ich merke, ich rede ganz schön schnell, weil ich so viel gerannt bin. Ich hoffe, es ist noch alles verständlich für euch. Genau, also der Punkt, den ich machen wollte, ist, macht Sport und lernt dabei Deutsch. Okay? Bei jedem Artikel habe ich eine MP3-Datei hinzugefügt. Die könnt ihr euch runterladen. Und ich möchte eigentlich auch noch mehr MP3-Dateien für euch machen in der Zukunft. Und ich habe natürlich ein Hörbuch, was ihr beim Joggen hören könnt. Okay? Ich gebe euch den Link unten für das Hörbuch, falls ihr das benutzen wollt, während ihr joggt. Genau. Jetzt werde ich weitermachen und weitere 7 Meilenrennen. Okay, bis später. Tschüss!